Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Friend Pedro. In der letzten Folge haben wir ja den Metzger plattgemacht, wortwörtlich, mit seinem LKW. Wie es scheint, hat sich Danny hier ganz gut eingelebt. Die Leute meinten immer, er wolle über ein Königreich herrschen, selbst wenn es ein leeres wäre. Ich würde es gerne mal ein bisschen lauter machen. Das ist das erste Spiel, wo ich das Gefühl habe, dass es einfach zu leise ist. Normalerweise habe ich immer Spiele, die sind dann extrem laut. Okay, das war cool. Was ist aus? Das war's. das geräusch ist echt cool boing, 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 boing so 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 Soll er mich? Ja. Okay, das ist mega cool. Also dieser Abprallkill ist schon mega. Oh, Level abgeschlossen. Das klingt flott. Also das Level war besser wie das vorherige. Das vorherige war ja... Ewig lang. Gefühlt. Ich kann es nicht glauben, schon wieder Weihnachten. Dieses Jahr habe ich dir gar kein Geschenk gekauft, aber ich habe dir ein Gedicht geschrieben. Rosen sind rot, Fallchen sind blau, Gras ist grün, Eier sind weiß, aber innen gelb. Komisch. Ich arbeite noch mal. Ich habe eine Schrotflinte. Oh. Das ist cool. Ich mag Schrotflinten spielen. Liegt aber auch vielleicht daran, dass ich nicht gut ziehen kann. Ich habe die Schrotflinte für da nicht abgemacht. Oh, Upsie. Wow, das ist voll auf dich. Wunderbar. Oh, die schlupfen, die ist toll Das ist eine Wache, ich meine, das ist schon mal klingelt Fast Kits Hat mich sicherlich mehr Kraft gekostet, wie ein normaler Kind, aber egal Oh, die sind nicht mehr, ich meine, das ist schon mal Oh, das wird cool. Komm, 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 komm. Oh, schau. Gar nicht mal so schlecht, ey. Was ist das da oben? Was ist das? Was ist das in der Treffensnachung wieder oben? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ist hier irgendwas? Nein. Verdammt, was ist das? Level abgeschlossen. Aber was ist das? Das leuchtet so. Hätte ich da was mit dem Gegner machen müssen? Dannys Büro muss hier irgendwo sein. Wenn wir der Spur von Kopfgeldjägern weiter folgen, müssen wir irgendwann dort eintreffen. Ein Skateboard. Was ist das? 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 Okay, das war cool. Okay, das war cool. Okay, das war cool. Okay, das war cool. Also, das hat richtig Bock immer. Ab und an hat das Spiel so ein paar Macken, sage ich mal. Also, es bleibt kurz für eine Millisekunde hängen. Und zwar, das ist ein interessanter Beruf, kopfwertiger zu sein. Ich frage mich, ob zahnersichere Zusatzleistungen gewöhnlich im Vertrag mit inbegriffen sind. So, das wäre interessant. So, das war's. 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 Also das sieht schon stylisch aus mit dieser Zeit, ich weiß, dass es so ein bisschen cheesy ist, aber ist mir egal, es macht Spaß. Also das ist mir egal, es macht Spaß. So, hier ist die Sportplante. Da ist nichts mehr. Perfekt. So, seitdem ich die Sportplante habe, läuft es echt gut. Also wenn jemand sagt, das Ding ist overpowered, ist mir schon klar, dass das Ding overpowered ist. Du hast ein Geheimnis entdeckt. Spieler Kugeltempo, Spielmodifikation. Ach, das sind diese Modifikationen am Anfang. Und tschüss. Entschuldigung. Muss so sein. Ähm, ja, Level abgeschlossen. Cool. Das gefällt mir so. Weihnachten. Gibt alles Weihnachten? Hier scheint aus Sicherheit ein Dichter zu sein. Ja? Ich krieg den Finderlohn. Ich krieg den Finderlohn. Ich hab den nicht so schnell erwischt, wie ich ihn erwischen wollte. Nee, das klappt nicht. Ich würd auch gerne wieder zu den Pistolen wechseln. Ich hab echt wenig Boni. Ah! Denkst du, die ich mit mir ankam? Okay, das ist echt nicht schlecht gemacht. Das ist schwer, also das steigert sich immer wieder. Das ist gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Mest. 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 Mests. Waaaah! Komm schon! Aaaaah! Ohne Schrotdüse bin ich echt aufgeschmissen. So, wieder volles Leben. Ohne Schrotdüse ist echt anstrengend. Oh, danke für die Schrotflittenmonie. Großartig. Level abgeschlossen. B für Bravo. Oh, diese Musik da noch am Ende ist. Ah, da ist er. Ah, sieh an, da ist Danny. Mal schauen, ob wir endlich rauskriegen, wer das Kopfgeld auf sich ausgesetzt hat. Oh, nein. Oh, Mist, 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 Mist. Seltsam. Oh. Oh. No. Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Kino-Kamera bei Konzentration Also wenn wir das Spiel durchgespielt haben, würde ich gerne die Modifikation ausprobieren Eben schon wieder so eine kurze Sekunde Und tot Kino-Kamera bei Konzentration 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 Kino-Kamera bei Konzentration